Rund 20 Millionen Menschen werden jedes Jahr in deutschen Krankenhäusern behandelt. Ein modernes Krankenhaus muss daher effizient arbeiten und gleichzeitig die Bedürfnisse des Patienten in den Mittelpunkt stellen. Unser Arbeitsalltag ist daher sehr anspruchsvoll. Eine hohe Behandlungsqualität ist bei uns das A und O. Um diese zu gewährleisten, benötigen unsere Mitarbeiter ein fortschrittliches Arbeitsumfeld, das auf dem Stand der Technik ist. Gleichzeitig müssen sich unsere Patienten und ihre Angehörigen wohl und sicher bei uns fühlen. Für beides ist die Digitalisierung ein wichtiger Schlüssel. Wie sie das Krankenhausteam unterstützt und dabei hilft, die Bedürfnisse von Patienten und Angehörigen zu erfüllen, das zeige ich Ihnen gerne. Systeme zur Entscheidungsunterstützung helfen uns Ärzten dabei, die richtigen Diagnosen zu stellen und Behandlungspfade zu wählen. Durch künstliche Intelligenz fallen uns Anomalien auf, die früher in der Hektik schon mal untergehen konnten. Das entlastet uns und schafft zusätzliche Sicherheit für die Patienten. Durch die Telemedizin haben wir engen Kontakt zu unseren Patienten und können sie auch über räumliche Distanz hinweg gut betreuen. Häufig können wir sogar vermeiden, dass sie stationär bei uns aufgenommen werden müssen. Das erweitert unsere Möglichkeiten zur medizinischen Versorgung enorm, bringt aber auch neue Geschäftsmodelle mit sich. Seitdem wir unsere internen Leistungsanforderungen komplett digitalisiert und in einem einheitlichen Prozess organisiert haben, können wir unsere Abläufe besser koordinieren und zielgerichtet auf einzelne Patienten abstimmen. Das vereinfacht unsere Arbeitsabläufe und überzeugt unsere Patienten. Wir behalten dabei den Überblick über verfügbare Ressourcen und können sie optimal einsetzen und Kollisionen von Anforderungen vermeiden. Unser Patientenportal ermöglicht es den Patienten, über ihren Behandlungsstatus auf dem Laufenden zu bleiben. Und schon lange vor und auch nach dem Krankenhausaufenthalt ist das die zentrale Plattform für den Austausch mit Patienten und anderen Leistungserbringern. Komplett digital. Wir wissen dadurch zum Beispiel vorher, welche speziellen Bedürfnisse Patienten haben und können für die Behandlung relevante Daten nahtlos an andere Versorger des Gesundheitswesens übergeben. Bei allen Vorteilen der Digitalisierung ist uns bewusst, dass wir uns mit der Einführung digitaler Strukturen verwundbar machen. Krankenhäuser werden immer häufiger Opfer von Cyberangriffen, die auch das Leben unserer Patienten gefährden können. Wir haben einen hohen Anspruch an die Sicherheit und Verlässlichkeit unserer Systeme. Cybersicherheit ist bei uns so selbstverständlich wie Hygiene. Daher setzen wir auf professionelle Unterstützung. Digitalisierung geht nicht ohne Sicherheit. Wir unterstützen Krankenhäuser dabei, die IT auf dem Stand der Technik abzusichern. Dazu arbeiten wir in einem multidisziplinären Team. Große Vorhaben müssen finanziert werden. Das kann teuer sein. Doch lassen sich dazu eine Reihe von Fördermitteln abrufen. Wir helfen bei der Planung und Beantragung. Die richtige Organisation und Strategie bei der digitalen Transformation entscheiden über den wirtschaftlichen Erfolg eines Krankenhauses. Das Big Picture zu sehen ist unser Beitrag. Compliance-Systeme und Rechtsberatung sind unerlässlich für das Krankenhausmanagement. Unser Team aus Risikoexperten und Medizinjuristen liefert das nötige Know-how. Wir sind ein Krankenhaus auf der Reise in Richtung Digitalisierung. Uns ist es wichtig, diese gebündelte Expertise an unserer Seite zu haben. Das deutsche Gesundheitssystem ist eines der fortschrittlichsten weltweit. Damit das auch so bleibt, investieren wir in die Digitalisierung. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Untertitelung des ZDF, 2020